Betriebsoffensive 2018 am Schloss im Luisen Center in und zu Rostock, Lichtenhagen. Kleiner Spaß am Rande. Wir zeigen euch heute, wie man professionell auf Kunden zugeht, Kontakte knüpft und die Abschlüsse fokussiert bzw. bekommt. Dazu haben wir einen alteingesessenen Kollegen, einen Freund, dem wir jetzt neuen Stromanbieter auf die Nase drücken wollen, denn er zapft sich Strom von der Stadt und das müssen wir jetzt ja unterbinden. Wir müssen ihm jetzt andere Perspektiven aufzeigen und die neuen Möglichkeiten bieten, wie er denn seinen Strom zukünftig bezieht. Also, dann kommt mal mit. Ich begrüße Sie, mein Lieber und mein Herzlicher, der liebste Genie, nicht jeder, Sie nennen. Ich stelle mich mal kurz vor die Informer namens Plautze. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie Strom benötigen und zwar von einem neuen Anbieter, und zwar Yellow Plautze. Der beste Strom in Deutschland. Da bekommen Sie die größten Tarife, die besten Abschlüsse, vor allen Dingen kompetente Beratung. Was halten Sie davon mal lieber? Wenn Sie das tun, haben Sie folgenden Vorteil. Sie können deutschlandweit an jeder verfügbaren Stelle, auch wenn Sie jetzt kein Bundeshaben, Strom von der Stadt für den einmaligen Standardpreis von 39,99 Euro im Monat. Und ein weiterer Vorteil ist, Sie haben immer Zugang zum Internet und zu allen möglichen Lichtquellen dieses Landes. Der Nachteil, der sich in der gibt, dass Sie dann keine Form mehr haben und dass er dann praktisch in der Haare abgedreht wird. Was halten Sie sich daran? Von mir hört sich das für Sie an. Sind wir im Geschäft? Machen wir das jetzt? Was sagen Sie dazu? Kein Kommentar ist natürlich nicht so gut, weil beim Abschluss, beim Vertrieb möchte man den Kunden zufriedenstellen. Wenn der Kunde nicht antwortet, ist das natürlich eher, wie ist das da, was für ein Gefühl ist das, Micha? Das ist eher erniedrigend als Verkäufer, wenn man nicht bei einer Rückmeldung bekommt. Also meine Freunde, wir halten euch auf dem Laufenden von der Vertriebsoffensive 2018, von Lauze Strom. Ich hoffe noch Kunden zu finden, die diese Verträge abschließen möchten mit uns. Denn die haben gute Qualität, der beste Service und vor allen Dingen die freundlichsten Mitarbeiter. In diesem Sinne, wir sehen uns bei dir vom Lauze.